Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Interview. Es ist das erste Interview zur Buchpremiere Umarme dein Leben, du hast nur eins. Geschrieben von Simone Hauswald, der Weltklasse-Biathletin und Mentaltrainerin, sowie Dr. Martin Soher, dem Buchautor und renommierten Inklusionsexperten im Bereich Sport. Mein Name ist Sonja Kavain, ich bin Wirtschaftspsychologin, Leadership-Coach der Neuen Zeit und Sprecherin. Das heißt, ich verleihe besonderen Menschen, Projekten und Events meine Stimme, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf feinste Art zu inspirieren. Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lauschen. Darf ich nun vorstellen? Simone Hauswald. Simone Hauswald ist schon als Biathletin auf die Welt gekommen. Als Tochter einer Südkoreanerin und eines Schwaben vereint sie zwei Kulturen in sich. Auf der einen Seite die Ruhe und Gelassenheit Ostasiens. Auf der anderen Seite das tüchtige Schaffe-Schaffe-Häusle-Bau. 20 Jahre war Simone im Leistungssport aktiv mit Höhen und Tiefen. Und nachdem sie das Thema Mentaltraining in ihr eigenes Training integrierte, gelang ihr 2009 der große Durchbruch mit ihrer ersten Einzelmedaille bei der Weltmeisterschaft in Südkorea. Das heißt, in der Heimat ihrer Mutter. Nur ein Jahr später folgte der Olympische Traum in Vancouver. Und die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in Russland war dann der krönende Abschluss ihrer Sportlerkarriere. Heute begleitet Simone Hauswald als Mentaltrainerin Menschen in ihre ausbalancierte Ruhe, Gelassenheit und Kraft hin zu ihren gewünschten Zielen. Privat und im Business. Dr. Martin Soba. Wer Dr. Martin Soba erlebt, wird sofort angesteckt von seiner guten Laune und seiner positiven Ausstrahlung. Als Buchautor begeisterte er unter anderem mit interaktiven Krimi-Lesungen sein Publikum. Und als Experte für Inklusion hat er vor allem im Bereich Sport sehr viel Pionierarbeit geleistet, wofür er mit zahlreichen Landes- und bundesweiten Auszeichnungen im Inklusionssport geehrt wurde. 2005 zum Beispiel mit der Verdienstmedaille der Stadt Reutlingen und 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Simone. Herzlich willkommen, lieber Martin. Herzlich willkommen, Sonja. Hi, hi ihr zwei. Ich freue mich riesig auf dieses Interview. Es ist eine große, große Ehre, euch beiden heute zu interviewen. Es ist eine Premiere zu eurem Buch. Und wer ihr seid, euch kennt man. Und für die zwei, drei Menschen, die euch noch nicht ganz so gut kennen, wer ihr seid und was ihr beiden Schönes ausgeheckt habt, das schauen wir uns heute im Interview an. Ich freue mich. Schön, dass ihr da seid. Lieber Martin, du hast schon so vieles in deinem Leben gemacht. Du warst Pädagoge, du bist Experte und Berater im Inklusionssport. Heute bist du Autor einiger Bücher. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Ich glaube, da gibt es verschiedene Quellen. Ich glaube, die allererste war, als ich im dritten Schuljahr war und wir nach den Osterferien vorlesen mussten, mein schönstes Osterhasenerlebnis. Und dann war der Aufsatz von meinem Mitschüler, der hinter mir saß, besser als meiner. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und deswegen ist spontan einen erfunden, der dann mit einer glatten Eins bewertet wurde. Ich glaube, das war der Anfang. Und im Studium habe ich dann angefangen mit dem Behindertensport und war so begeistert davon, dass mein Staatsexamen, die Arbeit dazu in der Hälfte der dafür vorgesehenen Zeit fertig hatte. Ich habe es praktisch mit einem Briefträger zusammengeschrieben, wo ich mir die ganze Post reinkam. Dann hat hinterher, haben die Leute gesagt, kannst du das nicht mal alles aufschreiben, was du alles gemacht hast oder was du machst hier im Inklusionsport? Und so sind dann zahlreiche Bücher erstanden oder entstanden. Und als meine Kinder klein waren und ich die abends ins Bett gebracht habe, da haben sie gesagt, Papa, wir geben jetzt ein paar Stichworte, Feuerwehr, Sandkasten, Raubüberfall, Räuber, Polizist, erzählen uns eine gute Nachtgeschichte dazu. Dann habe ich das gemacht und dann haben sie hinterher gesagt, ach, Mama kann so schön malen, du kannst so schön erzählen, mach doch einfach mal ein Buch daraus. Daraus habe ich, als meine ältere Tochter, die Jasmin, nach Australien ging nach dem Abi, dann hat sie gesagt, Papa, kannst du uns nicht mal eine gute Nachtgeschichte schreiben? Dann sage ich, erzählt mal, was habt ihr denn so gemacht heute? Dann hat sie mir ein paar Stichworte zugemeldet und dann ist die wunderbare Reise durch Australien und Neuseeland mit dem Koala-Bär Karl Koala und Walle Wall entstanden, aus Fantasie und Realität. Und die habe ich ihnen ein Buch geschrieben und hat dann geendet, als sie wieder hier waren und der Karl Koala als Stofftier bei ihrem Bett lag. So, das war so das erste Kinderbuch, was ich geschrieben habe. Und nachdem ich dann so viel im sonderpädagogischen Bereich geschrieben habe, habe ich gesagt, jetzt versuch doch einfach mal jemand umzubringen, ob das auch geht. So ist das erste Krimier entstanden. Und daneben ganz viele Kurzgeschichten, weil ich in so einem Schreibclub bin, das sind 16 Frauen und ich. Und da gibt es immer ein Stichwort und innerhalb von 20 Minuten muss da irgendwas stehen. Und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann mache ich ganze Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit noch. Also von daher fällt mir das Schreiben eigentlich, sagen wir mal, etwas leichter als andere Menschen. Das heißt, es ist ja eigentlich schon in die Wiege gelegt worden und dann hat dein Mitschüler das endlich so aktiviert, ja, der Competition in dem Wettbewerb. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörerinnen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Martin zuhöre, dann muss ich schmunzeln. Allein schon diese Kombination aus einem Kinderbuch, da in dieser Welt zu sein und zu sagen, ja und jetzt muss jemand sterben, jetzt schreibe ich ein Krimier. Ich liebe deinen Humor. So, so schön. Naja, und dann ging die Reise weiter, denn heute sprechen wir über ein neues Buch von dir, das bald erscheinen wird. Du hast es geschrieben mit Simone. Es heißt, umarme dein Leben, du hast nur eins. Wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt und was hat euch motiviert, dieses Buch gemeinsam zu schreiben? Wenn ich nochmal ganz kurz was sagen darf. Also es war wirklich, ich habe in den ersten Sekunden gewusst, da hatten wir beide noch überhaupt noch kein Wort miteinander gesprochen. Ich habe die Simone angeguckt, eigentlich nur von hinten und habe gesagt, die Frau strahlt irgendwas ganz, ganz tolles aus. Und das hat mich ganz tief berührt. Und ich habe gewusst, mit der mache ich mal irgendwas zusammen und ich muss sie aber jetzt ansprechen, denn sonst ist sie weg, dann kriege ich sie nicht mehr. Sie wird sich nicht an mich erinnern. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Frau Hauswald, das haben sie gerade so toll gemacht, wie sie hier mit den Sportlern mit Behinderung umgegangen sind. Das hat mich ganz tief berührt und intuitiv habe ich gewusst, wir machen was zusammen. Und ich habe nicht gewusst, was, aber ich habe gewusst, dass wir etwas zusammen machen würden. Und da ist dann diese Idee raus entstanden, umarme dein Leben, du hast nur eins. Und ich denke, das hängt ganz viel auch so mit meiner Geschichte und von Simones Geschichte zusammen. Wir haben 26 Buchstaben, das sind in Arealgröße, Schriftgröße 12, sind das 7,7 Zentimetern. Und mit 7,7 Zentimetern kann ich die ganze Welt beschreiben. Die ganze Bibliotheken sind davon voll, Bücher, Zeitschriften, nur immer in einer anderen Kombination. Und damit kann ich mit 26 Buchstaben die Schönheit des Lebens einfach zusammentragen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, bei der Eröffnungsfeier damals vor neun Jahren bei den Special Olympics in Tottenauberg dabei zu sein. Aber das war für mich so, also so unglaublich schön, dieser Abend. Ich hatte ja jetzt so diesen Vergleich auch, wie ist das, bei olympischen Spielen dabei zu sein. Und dann aber diese Special Olympics der Inklusion dann zu erleben. Also das war nochmal was ganz anderes. Also wirklich auch so ganz, ganz tief auch. Und also so mein Schlüsselmoment war, ich war dort und habe die Schwester von der Steffi Böhler, die war damals auch mit mir zu Internatszeiten in Furtwangen als Langläuferin mit dabei. Und da habe ich ihre Schwester getroffen, die Babsi. Und die hat sich so gefreut, dass sie mich mal wieder sieht. Und dann stand sie so vor mir und hat mir gleich einen Kuss auf den Mund gedrückt. Und das war für mich das Schöne, dass ich das einfach auch so mir erlaubt habe. Oder ihr oder uns einfach diesen Moment und nicht irgendwie so, was machst du jetzt hier? Sondern das war so richtig tief und ohne Berührungsängste. Und diese Herzlichkeit, die dort im Raum auch zu spüren war, das ist was Unbeschreibliches, und das bekommst du so in dieser Tiefe und in dieser Reichhaltigkeit im normalen Alltag oder im normalen Leben auch ganz wenig. Und ich glaube, solche Momente sind einfach besonders. Und vielleicht erlebt man das nur einmal, wie ich das damals so in Tottenauberg erlebt habe. Und es hat sich sehr, sehr tief in mir eingebrannt. Und es ist wirklich ein Schatz, den ich dort auch erlebt habe. Von dem her war das schon auch ein besonderes Erlebnis, auch dich dann zu treffen. Du hast die Initiative ergriffen, Martin, und hast mich angesprochen. Das ist spannend. Martin erwischt dich von hinten und sagt, ich sehe das Gesicht nicht, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Mit dieser Frau werde ich was machen. Und du weißt gar nichts von deinem Glück. Wie kam dann der Moment, dass du sagst, ah, interesting. Und wie kam es zu diesem Buch aus deiner Warte heraus? Also Martin hat mich angesprochen. Und du kennst Martin ja jetzt auch ein Stück weit und hast ihn schon erlebt. Und ja, wenn Martin sich was in den Kopf setzt und der das will, dann zieht er das einfach durch. Und der ist dann immer schon einen Schritt weiter. Und ich denke mal, das sind schon auch so Parallelen, die ich ja in meiner Sportzeit auch erlebt habe. Also ich hatte ein Ziel vor Augen und habe dann dafür auch hintrainiert. Also jetzt sei es für Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Und ja, wir haben uns immer regelmäßig auch getroffen. Und ich erinnere mich auch gerne an die gemeinsamen Inklusionsevents zurück, wo ich mit den Inklusionskindern gemeinsam geturnt oder Fußball gespielt habe. Und das ist einfach was Schönes für mich. Und wir haben dann eben auch festgestellt, dass gerade in den letzten beiden Jahren der Pandemie einfach so viel an Dingen, die den Alltag oder die das Leben einfach wunderbar machen, verloren gegangen sind. Und dann haben wir im Oktober 2021 dann beschlossen, komm, lass uns ein Buch schreiben. Und das soll vor Weihnachten 2022 dann eben auch rauskommen und erscheinen. Und dann haben wir ein Ziel gehabt und haben uns auf den Weg gemacht, haben losgeschrieben und freuen uns, dass wir jetzt Hand in Hand auf der Zielgeraden sind und gemeinsam, ja, dieses Buch dann eben auch veröffentlichen dürfen. Und das ist einfach, also wir waren uns immer gleich einig. Und das ist einfach das Schöne, wenn man ein gemeinsames Projekt auch gestaltet und du weißt, du kannst dich aufeinander verlassen und dir vertrauen. Und so das eine fließt dann so in das andere mit über. Aber das ist einfach was Tolles. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir, Martin, das Projekt gemeinsam zu gestalten. Simona, nehmen wir uns doch noch ein bisschen mit. Ist das dein erstes Buch? Ja. Wie war das, als du geschrieben hast, als du eingetaucht bist in euer Konzept erst mal und dann angefangen zu schreiben? Viel ist dir schwer, viel ist dir leicht. Und was hast du gefühlt? Also ein Buch zu schreiben hat schon was Besonderes. Also das ist schon, dir zu überlegen oder dir vorzustellen, dass das irgendwann dann jemand in den Händen hält und da eintaucht und Freude und Spaß darin hat, zu lesen. Das ist schon irgendwie ein ganz, ganz besonderer Gedanke. Und mir fiel es recht leicht, auch zu schreiben. Und ich erinnere mich noch gerne daran zurück. Meine Tante hat mir immer ganz, ganz viele, also meine Patentante, Bücher geschenkt, als ich kleines Mädchen war. Und da ist auch die Freude zum Lesen auch entstanden. Und als Jugendliche habe ich echt ein Buch nach dem anderen verschlungen und konnte gar nicht genug kriegen. Und durch dieses Lesen kam natürlich auch das Schreiben dann dazu. Und ich habe viele Tagebücher geschrieben, schreibe immer jetzt noch. Wenn mich irgendwas bewegt oder ich etwas reflektiere, dann schreibe ich mir das einfach auch auf, weil ich auch, so wie du auch, eher der visuelle Typ bin und das gerne schwarz auf weiß habe. Und ja, das ist einfach schön, da fließen, was fließen zu lassen und entstehen zu lassen. Und auch in der Grundschule habe ich immer für Schönschriften Stempel gekriegt, eine Biene oder ein Herzchen, was auch immer. Und ja, da einzutauchen in diese Impulse, also in diese Kapitel auch, in die Wörter, die wir uns da ausgesucht haben für jedes Kapitel, das war schon sehr besonders. Und manchmal bin ich da in so einen richtigen Schreibrausch und Schreibflash auch reingekommen. Also da konnte ich gar nicht mehr aufhören und habe bis tief in die Nacht geschrieben. Und dann gab es aber auch wieder so Momente, wo gar nichts floss. Ja, also da war dann einfach irgendwie so die Leitung gekappt. Und ich habe das aber einfach auch so stehen lassen können und es erlaubt, dass es so sein darf und hatte das Vertrauen, dass die Zeit mir die richtigen Worte für die Impulse dann auch schenken wird. Und das war in der Tat immer so. Und da mich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen, da zu überlegen, was kann ich denn zu diesem Wort denn auch schreiben? Also das war schon, ich habe schon selber oft über mich gestaunt, was denn da alles so rauskommt. Und durch die Recherchen habe ich natürlich schon auch sehr viel Neues dazugelernt. Selbst bei der Rechtschreibung, gell, Martin? Ja, ja. Ich bin eigentlich echt fit in Rechtschreibung, aber ich habe da wirklich noch mal einiges dazugelernt. Und das ist natürlich schön, wenn man durch das Schreiben dann eben noch so reich wird an neuen Dingen. Und von dem her war das wirklich ein großartiges Erlebnis, da einzutauchen in diese Welt des Schreibens, wo ich auch wirklich in einer ganz anderen Welt auch mich immer fühle. und da mich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht im Alltag ja auch so in diese Tiefe auch nicht immer so möglich sind. Das heißt, du hast dieses Buch, das ist dein erstes Buch, nicht mit dem Kopf geschrieben und nicht verdrückt. Und das muss es bis dann und dann fertig sein. Als Sportlerin hast du ein Ziel und arbeitest darauf hin. Und so wie es jetzt für mich anhört, ist es, ihr habt ein Ziel und du lässt es fließen. Du lässt diese Gedanken kommen und diese Eingebung, diese Ideen und bringst sie dann zu Papier und in dem Augenblick, wo es nicht ging, der Fluss so nicht da war, hast du es dann auch stehen lassen. Das heißt, ich freue mich so sehr, dieses Buch zu lesen, weil ich kenne dich ja. Ich weiß, wenn was aus dir fließt, wie wundervoll das ist. Und ist das so gewesen, dass du das einfach hast stehen lassen können? Was hast du dann in der Zwischenhalt gemacht? Bist du dann Balken gewesen? Oder wie hast du dich dann wieder an den Schreibtisch gebracht, um wieder die nächsten Buchstabenkombination zu zaubern und uns einen schönen Content zu geben, einen Impuls? Also tatsächlich war es so, im Sport habe ich das auch immer nach dieser Maxime gelebt. Verfolge dein Ziel, als ob du keins hast. Also das Ziel war ja gesetzt. Und dann ist es aber auch wichtig, sich immer wieder auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und nicht immer nur, ah, da hinten ist mein Ziel, dann laufe ich mal los, dann stolper ich vielleicht über den ersten Stein. Also das Ziel Weihnachten 2022 war ja da. Und tatsächlich habe ich das einfach auch so stehen lassen können. Und ich weiß, wenn ich in meiner Mitte bin und mich mit meiner inneren Quelle auch verbinde, dann fließt es auch. Und dann muss ich nicht drüber nachdenken, was jetzt schreibt. Also das schreibt die Hand oder tippt dann eben auf den Computer. Und das ist einfach das Schöne, wenn man in so einen Flow auch reinkommt. Und ja, wenn der nicht da war, dann war er einfach nicht da. Also da bin ich jetzt mittlerweile schon auch so fit, dass ich das so annehmen kann. Und manchmal war es auch so, dann lag ich im Bett und dann kam wieder was. Ah ja, das kannst du noch schreiben. Dann bin ich gleich wieder aufgestanden und habe mir das irgendwie kurz notiert, damit ich das auch ja nicht vergesse. Also von dem her habe ich das wirklich auch laufen lassen. Und das war wirklich auch ein wertvolles Geschenk, was ich auch im Prinzip auch für mich selber persönlich auch noch mehr in das Leben integrieren kann in meinen Alltag. So wie treu dem Motto, Schatzschlaf weit, das ist alles in Ordnung. Ich habe nur gerade eine megacoole Idee, die will jetzt nicht beschriftigt werden. Ah, meine Frau, ich habe es ja geschlafen. Martin, wie ist das bei dir gewesen? Während des Schreibens. Du bist ja schon versiert und hast viele Bücher geschrieben. Aber es ist ja jedes Mal was Neues. Es ist etwas anderes, ein Kinderbuch zu schreiben, ein Krimi oder jetzt diese Art von Buch. Wie ging es dir denn bei der Entstehung? Ja, mir geht es da ähnlich wie der Simone. Ich weiß, dass ich es fertig kriegen werde. Da bin ich 150-prozentig von überzeugt. Aber ich verkrampfe nicht mehr dabei. Also überhaupt nicht. Sondern wenn ich einen Stift in die Hand nehme und setze mich dann mit irgendeinem von diesen Impulsen oder einem Wort auseinander, dann weiß ich vielleicht am Anfang noch nicht, wie es ausgehen wird. Aber ich weiß, dass es schön ausgehen wird. Und dann nehme ich, ich schreibe alles erst mal von Hand vor, weil das läuft mir dann viel flüssiger, als wenn ich es in einem PC gleich mache. Die Gedanken fließen dann eher. Manchmal schreibe ich dann so schnell, dass ich es zehn Minuten später schon gar nicht mehr lesen kann. Das ist so schnell. Und dann fließt der Gedanke weiter und dann kommen Stichworte, die man sich gibt. Und dann sagt man, ach, jetzt kann ich die Wendung reinbringen. Dann kann ich das machen. Das kriege ich dahin. Oh, jetzt fällt mir schon der schöne Schluss ein. Und dann entsteht ein fertiges Bild oben. Nein, eigentlich entsteht ein Film bei mir im Kopf. Und den schreibe ich dann zu Ende. Hinterher ist es ein Text, den ich dann aber meistens auch schon wieder, dann spiele ich den schon wieder. Manchmal muss ich in die Figur reingehen. Wenn ich ein alter Mann am Rollator bin, dann gehe ich so durch die Wohnung hier. Wie ist das von Bewegung? Wie ist die Handhaltung da? Wie ist das, wenn der noch so einen bunt Möhren da an seinem Rollator hat? Was wippt denn da? Das ist das Grün obendran. Wie lacht die Oma? Wie stampft das Kind auf dem Boden? Also ich bin dann jedes Mal in der Rolle des Einzelnen drin. Und in diese Rollen reinzuschlüpfen, das macht so irre Spaß. Jedes Mal. Und wenn man es dann vorliest, irgendjemandem, und die Leute gucken dann, was kommt jetzt? Wir wissen, bei dem Martin, da kommt noch irgendwas, womit wir jetzt nicht rechnen. Da dreht sich irgendwas noch. Und das macht mir einfach Spaß. Aber nicht verkrampft. Das habe ich mir sagen lassen, dass deine Vorlesungen, das habe ich mir sagen lassen, dass deine Vorlesung sehr besonders ist. Also man geht da hin und denkt, ja, da liest der Autor, hat was vor und toller Inhalt. But guess what? Und ich glaube, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr überrascht werdet mit irgendwas, womit ihr nicht gerechnet habt. Wenn Martin auf der Bühne ist, dann könnte es denn sein, Martin, dass du deine Leser nicht nur dumm im Rollator rumflitzt, während du dein Buch schreibst, sondern deine Leser dann auch irgendwie in die Welt des Krimis oder der Geschichte hineingesogen werden? Ja, ich habe vorgestern oder vor zwei Tagen oder bei all meinen Lesungen spielen die Zuhörer mit. Also entweder tanzen sie oder sie werden erschossen. Es gibt eine spannende Szene, wo man den Order praktisch auslost. Es gibt Kneipenszenen, da fühlen sich die Leute wie in einer Kneipe und wir stoßen miteinander an. Ich verfalle genau in dieses Niveau, wie es da in der Kneipe ist, um dann eine Szene später wieder was ganz anderes zu sein. Und bei meinen Lesungen, die sind immer sehr interaktiv, sagen die Leute immer, so etwas haben wir jetzt noch nie erlebt, aber das war jetzt einfach mal was total anderes. Das war jetzt mal so schön, das so richtig mitzuerleben. Und man hat alles dann vor seinem geistigen Auge auch. Also ich bin ja auch eine, bei mir kommt ja auch mal gleich ein Film, also ihr seht schon an meinem Backen, die Mundwinkel ziehen nach oben. Ich glaube, ich habe nachher so echt einen Muskelkater von diesem ich bin begeistert, ich sehe schon, wie das alles abbleibt. Ja, das Wichtigste ist mir dabei, jeden Zuhörer, egal wie alt, ob männlich, weiblich, immer im Inneren anzusprechen, über Gestik, Mimik, Emotionen. Ich muss dann meinem Gegenüber hin und ihm in die Augen gucken und sagen so. Und wir zwei fechten jetzt den Kampf da unten aus. Einer wird überleben. Du oder ich. Uh, herrlich. Ich bin schon gespannt auf die Lesung von eurem Buch, wie das dann sein wird. Ihr habt einen besonderen Titel gelegt, umarme dein Leben, du hast nur eins. Sicherlich sind jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt darauf, wie es zu diesem Titel kam. Was hat euch motiviert, diesen Titel für dieses Buch zu wählen? Ja, ich, wenn ich es mal nur für mich jetzt gerade sagen darf, aber ich weiß, dass dem Simone was Ähnliches sagen wird. Dazu kenne ich sie jetzt sehr gut. Wir sind beides unheimlich positiv denkende Menschen. Und ich erlebe, also jetzt bin ich wieder bei mir, ich erlebe um mich herum so viele Menschen, die jammern, sich beklagen über irgendwas, wo sie was zu wenig haben. Und wenn es berechtigt ist, wenn man krank ist, vielleicht schwer krank, einen Trauerfall hat, dann kann ich das alles verstehen, wenn man vielleicht sein Geld alles verloren hat. Aber wir leben in einer so herrlichen Welt. Ich muss nur bei mir einfach aus dem Fenster gucken oder vor die Haustür gehen, was für eine wundervolle Natur wir haben. Und dann kann ich durch diese Natur gehen oder Fahrrad fahren oder laufen. Und ich kann diese Farben genießen, das Zusammenspiel, wenn ein Getreidefeld oder Blumenfeld sich im Wind so leicht bewegt, das Bund vor mir erscheint. Dann ist das ein solch riesiges Geschenk, was mich gar nichts kostet. Ich kann in einem netten Gespräch mit anderen Menschen die Zeit vergessen, und sage, das war jetzt ein toller Mensch oder ist ein toller Mensch. Und das ist genauso ein Geschenk. Oder, ja, also jetzt zum Beispiel bei der Entstehung des Buches mit der Simone zusammenzuarbeiten, das war so toll, weil es genau die gleiche Art war, wie ich das jetzt schon seit Jahrzehnten im Inklusionssport mache, da wurde nicht lange rumdiskutiert, sondern wir haben einfach gewusst, Mensch, wir sind da auf einer Wellenlänge und dann reichen kurze Absprachen. Das funktioniert, ohne dass einer von uns da den anderen irgendwie umbiegen will. Und das ist auch etwas, wenn man es mit so unkomplizierten Menschen, wenn die einem im Leben begegnen, das bereichert einen einfach. Und so ergibt sich aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten für mich einfach der Satz, umarm doch einfach, was du hast. Nimm einfach die Natur, die anderen Menschen, die Gespräche und saug das alles in dich auf und die Zeit rast weg. Du hast nur ein Leben. Genieß, zieh alles raus, was geht. Und wenn ich jetzt in das Buch dann eines Tages, ganz, ganz bald, ich habe schon gehört, es kommt noch dieses Jahr, reinlese, was erwartet mich, was erwartet die Leserinnen und Leser, die da jetzt in diese Welt eintauchen, in die Welt des Umarmenden Leben. Du hast nur eins, dieses Buch aufgebaut und was lesen wir da drin? Also wir haben uns überlegt, Martin hat ja vorher schon gesagt, das Alphabet ist die Vorlage für unser Inhaltsverzeichnis und wir haben uns zu jedem Buchstaben ein Zitat, einen Impuls von mir und eine Kurzgeschichte von Martin überlegt, die jeweils diesen Titel des Wortes dann eben auch haben. Und dazu schreibe ich dann eben meinen Impuls und Martin seine Geschichten und da geht es dann eben von A wie Ausfahrt bis Z wie Zeit und wir haben uns eben auch für Alltagswörter wie, wie sagt man hier, also entschieden, die wirklich auch die Freude und das Positive auch rausziehen und wirklich den Menschen auch ja wieder diese Dankbarkeit und die Wertschätzung für den Alltag, für das Leben auch wieder mehr in den Fokus bringen und rücken und da sind wirklich schöne Kapitelchen entstanden und ja, ich bin mir sicher, dass jeder Mensch, egal ob klein, ob groß, in welcher Situation, immer ein kleines Rosinchen sich rauspicken kann, sowohl aus der Geschichte als auch aus meinen Impulsen und ja, das ist einfach schön, so die Menschen wieder nach diesen zwei Jahren Corona-Pandemie wieder mehr auf den Fokus sich richten zu lassen, was ist denn wirklich auch wichtig im Leben und so wie der Martin auch gerade gesagt hat, viele Dinge, die kosten einfach nichts und die bringen dir so viel und wenn man mit offenen Augen und mit feinen Sinnen auch durch die Welt geht und offen ist für die reichhaltigen Schätze der Natur auch und des Umfelds, dann kannst du so viel auch rausziehen und ich sehe das ja immer in meiner Arbeit als Mentalcoach, wenn dann die Klienten kommen und sind da in so einer Opferhaltung, ja, also das zieht einen dann, also da merke ich auch, wie es die immer wieder runterzieht und dann eben auch den, wieder so diese Aufwärtsspirale auch in ihnen zu wecken und sie wieder neu auszurichten und zu fokussieren auf die schönen Dinge, auf die kleinen Dinge des Lebens und des Alltags, das ist einfach auch so unser Ansinnen und ja, für mich persönlich ist es immer so, dass ich wirklich auch dankbar bin für alles, was in meinem Leben auch geschieht, wirklich und versuche immer auch, ja, das Positive daraus zu ziehen und zu sehen, so die Medaille hat immer zwei Seiten, ja, und wenn ich vielleicht am Anfang noch nicht weiß, was da Gutes entstehen kann oder daraus erwächst, dann hatte ich doch auch immer wieder dieses Vertrauen und dieses Vertrauen möchten wir auch den Menschen wieder ein Stück weit an die Hand geben und auch diese, dass nichts selbstverständlich ist, also Dankbarkeit und Wertschätzung und Freude für das Leben wieder durch dieses Buch den Menschen zu schenken. Dankbarkeit, Freude für das Leben den Menschen wieder zu schenken. Eigentlich wissen wir es, aber wir haben es so oft vergessen und es regnet und jetzt scheint die Sonne so dieses Klassische und sagen, wow, stopp mal, geschwind, geschwind, bei uns im Schwaben. Ah ja, wir sind alle Schwaben. Und damit erinnert ihr im Prinzip uns Leser daran, was wir eh schon wissen, aber durch dieses Alphabet, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es 26 Kurzgeschichten entsprechend dem A bis Z Alphabet und 26 Impulse von dir dann, Simone. Wie liest man denn dieses Buch? Liest man das am besten von A bis Z oder was ist eure Empfehlung? Also das ist ja das Schöne an dem Impuls. Du kannst das Buch aufschlagen, egal wo, dann suchst du dir oder du gehst das Inhaltsverzeichnis durch. Also das ist ja schön, wenn man einfach so kurze Häppchen hat und nicht gezwungen ist, sage ich jetzt mal, von anzufangen und dann erst bis zum Ende zu lesen des Buches, bis man weiß, wie es ausgeht, sondern das ist ja wirklich so klein, in kleinen Portionen serviert und ja, dass man da wirklich auch fünf Minuten drin schmökern kann und lesen und man nimmt dann was mit oder man ist dann so begeistert davon, dass man dann von A bis Z durchliest. Wobei, das würde ich vielleicht nicht empfehlen, weil in meinen Impulsen sind ja schon auch viele Fragen drin, die dazu anregen oder die Menschen einfach auch ins Reflektieren zu bringen und ja, dafür ist dann schon, sollte dann schon auch Zeit sein, sich zu überlegen, hey, was fällt mir denn zu dieser Frage ein, die die Simone da gestellt hat, wie mache ich das selber in meinem Leben? Also von dem her ist das eher so, so ein kleines, ja, Nachttischbüchchen vielleicht auch. also ein Inspirationsbuch und durchaus ein Workbook, also wenn man wirklich sagt, ich mag jetzt einfach mein Leben so ein bisschen wieder aufs nächste Level hieven in, mir geht's gut und ich gestalte es, ich werde Gestalter, dann auch diese Impulse und Geschichten anzunehmen und in den Alltag mit einzubauen, diese Inspirationen daran zu arbeiten, wie so ein Impuls und Workbook, kann man das so beschreiben? Kann man so beschreiben und ich würde es genauso sehen oder sehe es genauso wie die Simone. Ich habe schon mal so ein Kurzgeschichtenbuch geschrieben und die Leute haben mich dann zurückgemeldet, das ist so schön, dass man es einfach irgendwo wieder aufschlagen kann und ich muss nicht von Seite, meistens fängt es ja bei 5 an, bis Seite 300 in einem durchlesen, wobei ich dann an manchen Abenden wieder 5 Seiten zurückgehen muss, weil ich es vergessen habe. Sondern ich kann einfach, ja, ich kann vielleicht einfach sagen, was ist denn beiden denn jetzt zum Beispiel zum Stichwort Waage oder Xylophon eingefallen? Denn sich zu Xylophon irgendwas einzufallen zu lassen, das habe ich auch ein Stück weit nach hinten geschoben. Welche Buchstaben waren so richtig tricky? Wo ich dachte jetzt, hm, 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 hm. Also für mich Rollator. Also für mich Rollator. Rollator. Ja, und da war bei mir genau das Gegenteil. Da habe ich so eine schöne, lustige Geschichte zu geschrieben, weil die kam aus der Corona-Pandemie raus, wo die Omas bei uns aus dem Dorf mit ihrem Rollator nicht mehr ins Kaffee gehen dürfen. Und dann haben sie eine Sport-Rollator-Gruppe gegründet und haben eine Rollator-Rallye für die Seniorinnen und Senioren veranstaltet. Mit Eierlikör im Rollator. In der Rollator-Halter. Das war so schön. Da kommen mir jetzt immer noch die Tränen. Und als ich die vorgespielt habe, das ganze jubiliert. Manche Geschichten lassen sich wunderbar vorspielen. Und in meinem Kopf gehe ich jetzt schon wieder gedanklich durch über Flohmärkte. Wo kriege ich eine schöne Waage her? Wie mache ich das mit der Geschichte? Fängst schon an zu basteln und zu bauen. Die Rollator. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber wenn ich irgendwo was sehe, wenn ich irgendwo was sehe am Straßenrand, dann fällt mir dazu immer was an. Ich glaube, wir brauchen für unsere Lesungen auf jeden Fall einen Hänger, wo wir alle unsere Utensilien reinbringen, oder? Ja, man muss danach gucken, welche Geschichten wählt man aus und wie kann man das Publikum einbeziehen. Wow, sehr schön. Das Buch enthält Kurzgeschichten, Impulse, die uns einladen wollen, das Leben positiv zu gestalten, inspiriert zu gestalten. Was unternimmt ihr eigentlich selbst, um euer Leben und euch positiv zu gestalten? Einiges habe ich vorhin schon gesagt, ich genieße jeden Moment, den ich habe in meinem Leben, also bei einer Fahrradtour, beim Spazierengehen, wenn ich sonst irgendwo bin, ich sauge es alles auf wie ein Schwamm oder wenn ich, wie gesagt, ein nettes Gespräch, wie jetzt mit dir, Sonja, und dir, Simone, jetzt im Moment habe, auch das geht bei mir ganz tief rein und das behalte ich dann auch für immer und deswegen habe ich dann so einen großen, großen inneren Schatz und den versuche ich dann einfach auch anderen Leuten auf lockere Art und Weise einfach zu zeigen und sagen, es ist doch eigentlich ganz einfach, das kostet auch gar kein Geld. Ja, nur das tun, nur das tun. und ja, ich starte gerne mit Sport, Meditation oder auch mit beidem in den Tag, vor allem dann, wenn es im Haus und draußen noch still ist und nur die Hasen oder die Rehen noch im Wald unterwegs sind und ich tanke in der Natur einfach so viel Kraft und ja, über die frische Luft, über die Sonne, über das frische Wasser und die Bäume, die mich so erden und die Natur ist einfach für mich so eine Kraftquelle, aus der ich dann auch den ganzen Tag schöpfe und ja, natürlich, wenn du Mentalcoach bist und da immer mit diesen Themen auch beschäftigt bist, wenn die Menschen zu dir kommen und sagen, ich habe da mal ein Problem, mach mal weg, ja, also da kann ich ja dann auch immer selber sehr, sehr viel üben, also ich bin den ganzen Tag am Üben, auch durch die, durch unsere beiden Jungs, die mich auch sehr fordern und bereichern natürlich auch und ja, das ist schön, sich mit solchen Dingen auch zu beschäftigen und die zu integrieren in den Alltag, weil du merkst einfach, wenn du mit einem guten Gefühl auch startest, mit einer Freude und einer Leichtigkeit, dann fließt es einfach ganz anders, du ziehst ganz andere Dinge während des Tages auch an, wie wenn du jetzt irgendwie mit gesenktem Kopf hier durch die Straßen gehst, dann siehst du einfach auch nicht das, was der Martin jetzt auch schon angesprochen hat, was auch nichts kostet und wenn du aber mit einem Lächeln durch die Welt läufst und du grüßt einfach mal die Menschen, dann strahlen die dich zurück an und freuen sich, dass sie wahrgenommen werden und das ist so ein schöner Austausch und ja, von dem her tanke ich da auch immer wieder positive Energien auch auf und das, also vor allem die Natur, die gibt mir sehr viel Kraft. Wow, sehr schön. Liebe Simone, du hast im Sport insbesondere mit Mentalcoaching alles erreicht, was man im Spitzensport erreichen kann. Für mich, ich kenne dich jetzt auch schon sehr, sehr gut, bist du die Verkörperung von positiver Lebensgestaltung und das erleben auch deine Kundinnen und Kunden. Nimm uns doch bitte ein bisschen mit in die Arbeit, in die Welt eines Mentalcoaches. Ja, also Mentalcoach, also Mentaltraining, was ich jetzt so während meiner Sportzeit gemacht habe, ist natürlich sehr zielorientiert auch und das, was ich jetzt mit meinen Klientinnen und Klienten mache, ist natürlich schon auch ein Stück weit zielorientiert, aber es hat einfach einen anderen Kontext. Meistens sind die Menschen dann einfach auch irgendwo gefangen, sei es in ihrer Arbeit, mit ihren Kollegen oder mit privaten Themen und da merke ich schon auch immer mal wieder so, die leben in so einem Opferland und kommen da selber nicht raus und meine Berufung als Mentalcoach ist einfach die Werkzeuge, die wir im Prinzip als Kinder schon in unserem Werkzeugkoffer hatten, aber dann durch, ja, durch das Großwerden auch ein Stück weit verlernt haben, also Martin nicht, ja, aber es gibt ja ganz viele, die das auch verlernt haben, ja, wenn wir einfach in einer Gesellschaft leben und da vieles auch nicht mehr erlaubt ist und du dich irgendwo immer mehr in so einen Anpassungsprozess auch reinbegibst, wo du nur noch funktionierst und nicht mehr das machst, was sich stimmig in dir anfühlt und wo dein Herz einfach sagt, nee, mach so oder das Bauchgefühl und der Kopf sagt, nee, das kannst du nicht machen, was denken denn dann die Leute, was erzählen die, also da sind die Menschen schon sehr gefangen und da möchte ich ihnen einfach wieder zeigen, hey, du hast das Werkzeug, das, was du brauchst, ist alles in dir. Wir graben das im Prinzip wieder aus dem Keller raus, sei es durch Atemtechnik, also die Atmung ist wirklich so ein Schlüssel, ein Schlüsselwerkzeug, vielleicht der Schraubenschlüssel, der wirklich auch sehr viel Energie dir auch wieder gibt, den Fokus zu halten, mehr Achtsamkeit zu generieren und die Atmung ist im Prinzip auch immer da. Also wir atmen ja immer, aber wir können entscheiden, ob wir jetzt tiefer und langsamer atmen und das entspannt uns natürlich auch und wir können das, egal wo wir sind, auch immer machen und das ist auch das Schöne. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie ein Fitnessstudio, um mich fit zu machen, sondern ich kann das immer genau da, in diesem Moment und hier und jetzt dann auch tun und das finde ich einfach das Schöne, den Menschen solche kleinen, aber sehr, sehr wirkungsvollen Übungen auch mitzugeben, Techniken, die sie dann eben in ihren Alltag integrieren und natürlich heißt es Mental Training. Training ist natürlich auch am Anfang erst mal mit Zeitaufwand verbunden, natürlich auch mit Disziplin, weil wenn du überlegst, jahrelang, jahrzehntelang hast du irgendwie was eintrainiert, vielleicht auch ein Verhaltensmuster und du möchtest es dann verändern, dann braucht es einfach auch, also sind wir wieder bei der Waage, da braucht es eben auch wieder eine gewisse Zeit, bis sich dieses Verhalten dann auch umtrainiert, um dann wieder ein Gleichgewicht herzustellen oder einfach dieses Verhalten sich verändert und da die Menschen bei der Stange zu halten, also am Anfang sind die sehr euphorisch und vielleicht haben sie auch, also ich nehme ihnen dann immer so diese Illusion und sage, also vergiss es, wenn du denkst, in einer Woche ist dieses Ding erledigt, sondern das dauert schon auch noch ein bisschen eine Zeit, wenn du jeden Tag auch trainierst und dir das bewusst machst, was du auch verändern willst und vor allem auch die innere Bereitschaft tatsächlich auch was zu verändern und dann aber zu sehen, auch jetzt bei Workshops, wie die Menschen morgens daherkommen und nach sechs, sieben Stunden gemeinsam in der Gruppe auch in so einer Energie auch zusammen zu sein, da einzutauchen, auch mit Gleichgesinnten den Tag zu verbringen und die gehen dann mit einem strahlenden Gesicht raus und sagen, wow, ich habe jetzt echt so viel mitgenommen oder das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber man vergisst es dann wieder, danke für diesen Reminder, das ist dann einfach schön, wenn die Menschen dann mit einem strahlenden Lächeln dann auch rausgehen, nach Hause gehen und wünschenswerterweise dann auch da anknüpfen am nächsten Tag, wo sie im Workshop oder beim Coaching dann eben auch aufgehört haben, aber es steht und fällt halt einfach mit dem Tun, wenn man nur schwätzt, dann passiert halt nicht viel. Und das ist das, was ich bei dir unendlich schätze, Simone, ich selber bin ja Wirtschaftspsychologin Coach, ich habe Führungskräfte, die ich begleite, auch mit dem Mindset, auch mit dem Atmen, ich kann das nur bestätigen, das ist so die Essenz von Führen, Menschen führen oder das Leben führen, das ist ja die Essenz das Atmen und das Mindset. Und viele im Coaching-Bereich machen so Salami-Technik und sagen, ja, ja, das ist schon super und dann bist du innerhalb von 24 Stunden komplett ein neuer Mensch und alles ist ausgewechselt und du bist hier so tschakka und aber es ist nicht so und du sagst einfach, wie es ist. Das ist im Augenblick dein Ist-Zustand und was ist dein Ziel-Zustand und dahin trainieren wir, dahin gehen wir und du musst bereit sein, du musst wollen und dann unterstütze ich dich auf deinen persönlichen Olymp zu kommen. Ja, so dieses und ich sehe es eigentlich auch als Investition und auch als Freude, ich selbst als Coach habe Coaches, Mentaltrainer, weil es gibt immer einen blinden Spot, den man einfach nicht sieht. Die besten Sportler haben mindestens einen Coach, mehrere Coaches, ja und das ist völlig normal und unsere Eins, sage ich mal, die nicht im Top-Sportler-Segment, unterwegs sind oder im High-Celebrity-Bereich und so weiter, die haben das alles und wir denken so, ha, nee, weiß ich nicht und es ist so, do it. Es ist eine Investition, es ist eine Freude in einen selbst und das, was Martin sagt, diese Kleinigkeiten wieder wahrzunehmen, manchmal haben wir diese Scheuglauben und sehen das gar nicht und durch einen wunderbaren Coach, einen Mentor, eine Begleitung passiert so ein Flourischen, passiert einfach eine Freude und damit eine Ausstrahlung nach innen für einen selbst und nach außen und was gibt es da Schöneres und es beginnt natürlich im Kopf, was ist da abgespeichert für dich? Genau. Ja, sehr schön. Martin, du gestaltest nicht nur dein Leben positiv, sondern auch mit deiner Inklusionsarbeit viele, viele Menschen, ja, bringst du in diese, in diese, in dieses Spirit des positiven Seins. Nimm uns doch bitte mal ganz, ganz, ganz kurz in deine Welt, deine Inklusionsarbeit hinein. Ja, ich habe selber sehr gut Handball gespielt, ich habe es natürlich nicht so weit geschafft für die Simone, aber ich komme immer vom Sport her und der hat mir unheimlich viel gegeben, auch dieser Mannschaftssport, diese Freude, dieses Trainieren, dann gemeinsam gewinnen und auch mal verlieren und das, was ich dabei in mir immer gespürt habe, das wollte ich dann auch den Menschen geben, mit denen ich zu tun habe. Also im Ursprung war ich, ja, wollte ich mal Lehrer werden, habe gedacht, dann müssen doch meine behinderten Schüler oder Schüler mit Behinderung auch diese Lebensfreude empfinden können. Deswegen habe ich angefangen, mich mit diesem Thema Sport für Menschen mit Behinderten, das Wort Inklusion gab es damals noch nicht zu beschäftigen und hatte eine Vision. In ganz Baden-Württemberg soll jedes Kind oder jeder Mensch mit und ohne Behinderung die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen, egal was er kann oder was er nicht kann, das kriege ich hin. Und das habe ich ganz konsequent verfolgt. Und was dann dabei zurückgekommen oder immer, jeden Tag zurückkommt, ist diese unheimliche Lebensfreude und Lebensqualität von Menschen, ob das kleine Kinder sind oder ob Senioren sind. Dabei kann ich allerdings nicht mit so einem Tunnelblick vorgehen, weil die Welt manchmal ganz anders ist von unseren Sportlern, die können nicht alles der Norm nach. Also muss ich alles irgendwie anders machen. Das heißt, ich muss alles ranziehen, was irgendwo sich umsetzen lässt. deswegen gehe ich auch nie mit einem gerade Ausblick durch irgendeine Stadt oder eine Landschaft oder zum Einkaufen. Ich sehe immer irgendetwas, was ich auch umsetzen kann in Sport. Ich habe, weil unsere Sportler sehr viel Fernsehen gucken, habe ich das Thema Fernsehshows in die Sporthalle reingebracht. Dann war ich Thomas Gottschalk oder weil der Preis ist heiß irgendwas selber erfunden. Langweilige Jahreshauptversammlungen haben wir sofort umgestaltet. Die finden bei uns statt als Wer wird Millionär oder das schwäbische Weindorf. Auch mal haben wir Müllabfuhr gemacht. Also es gibt nichts, was vor mir sicher ist. Es geht alles. Einer der beim, also ich weiß, ein schwerst mehrfach Behinderte, da wollten wir irgendwas, dass er auch irgendwas zersticht und das einmal laut kracht und er war wirklich nur an der Gehhilfe. Er hat gesagt, Eberhard, mit dir machen wir jetzt etwas ganz Besonderes und haben einen mit Konfetti gefüllten Luftballon in der Sporthalle an den Ringen ganz oben an die Decke aufgehängt, haben ihm eine alte Pickelhaube aufgesetzt und ihn an den Seilen hochgezogen, dass er oben mit seinem Kopf es kaputt machen konnte. Also es gibt nichts, also ich wüsste jetzt wirklich nichts, was ich nicht irgendwie verändern kann. Immer wenn irgendjemand sagt, das geht nicht, dann, oder ich selber auch zu mir gesagt habe, jetzt ist aus, das geht nicht, das ist genau der Punkt, an dem es eine Aufwärtsbewegung gibt. Wenn etwas nicht geht, dann geht es anders. Es wird immer gehen. Ich weiß es, es war das eine vielleicht so typisches Erlebnis, wir haben ein Spielfest gemacht, was wir jedes Jahr machen und dann kam eine Familie mit ihrem schwerst körperbehinderten Jungen in die Halle, der einen so schlaffen Muskeltonus hatte, dass er wirklich von sich aus nichts machen konnte. Und dem Vater fiel das Kinn runter und er hat gesagt, naja, wie immer, es ist nichts machbar für meinen Sohn. Dann bin ich auf den Zug gegangen und habe gesagt, wissen Sie was, hier sind zwölf Stationen und ich mache sie Ihnen jetzt alle machbar. Alle. Ich habe bei der ersten noch nicht gewusst, wie ich es mache, aber ich habe gesagt, wir schaffen das. Dann bin ich drauf zu und mir ist zu jeder Station was eingefallen und was rausgekommen ist, war eine glücklich strahlende Familie. Und das ist, glaube ich, so das Wesen von Inklusionssport, das Lachen auf die Gesichter zaubern und so ein Lachen, was dann aus dem Inneren kommt. Ich traue mir das nicht zu, ich weiß nicht, wie es gehen soll und dann kommt auf einmal einer und der zeigt mir, wie es geht. Ich will mich damit nicht irgendwie hochheben, aber diese Kreativität habe ich ja und das setze ich dann ein, um möglichst vielen Menschen diese Lebensfreude zu ermöglichen. Man muss es dann auch annehmen und ich selber, aber über den Punkt bin ich lange, lange weg, ich habe da keine Sorge irgendwo mich für verrückt erklären zu lassen. Ich sage selber, ich bin ein Spinner und beim Spinnen kann man das ganz gut an einer Spinner erkennen, die an Holzbalkon sitzt, die spinnt ihre Fäden nach allen Seiten und in der Mitte wird hinter die Beute gefangen. So mache ich es auch. Ich liebe deine bildhafte Sprache. Die Spinne, du Spinner, dann kommt mir doch die Spinne und die spinnt ihr Netz nach ihren Vorstellungen, wo sie Lust hat, wie sie Lust hat und wenn sie mal zerstört, so no problem, ich mache es nochmal neu. Oder kennst du dieses Sprichwort, wenn jemand sagt, du bist verrückt, das ist eigentlich ein Kompliment, wenn man nur verrückt sind, können die Welt so ein bisschen verrücken. Wenn man sich selber etwas verrückt, dann sieht man die Welt immer aus einem anderen Blickwinkel. Ich muss nur meinen eigenen Stuhl nehmen und drehen einmal rum und schon sehe ich wieder was anderes. Also habe ich etwas verrückt. Ich hatte gerade letztens in einem Coaching von einem Leadership Mentoring und die Führungskraft kam einfach nicht weiter und dann haben wir gesagt, jetzt ziehen Sie meinen Stuhl einfach nach hinten. Und das waren nur ein paar Zentimeter. Man steht auf der Leitung oder ich habe jetzt noch mehr Abstand zu der ganzen Geschichte, diese 10, 20, 30 Zentimeter machen was. Dieses Verrücken, das kann man wirklich physisch machen oder einfach auch gedanklich. Und dann kommt man auf so wunderschöne Ideen wie ihr beiden zu eurem Buch Umarme dein Leben, du hast nur eins. Zum Abschluss mag ich euch nochmal fragen, wann kommt das Buch endlich raus und wo bekommt man dieses wunderschöne Werk? Abgesprochen ist es so, dass es möglichst vor Weihnachten sagen wir mal so erste Dezemberwoche rauskommen soll. Es kommt raus im Rattel und Spörer Verlag, der sitzt in Reutlingen, das Buch ist dann aber in jedem Buchhandel erhältlich, sicherlich auch noch bei Amazon und aber in jedem Buchhandel erhältlich, man muss nur drauf kommen, deswegen hoffe ich, dass viele, viele Leute dieses Interview im Vorhinein sehen und sagen, jetzt bin ich da so gallig drauf auf dieses Buch und es gibt nur ein Weihnachtsgeschenk, was ich dieses Jahr an ganz viele Leute verschenke und das ist das Buch von der Simone und der Martin und wenn ich mal die Möglichkeit habe, die beiden live auf der Bühne zu erleben, dann lade ich meine ganzen Freunde dazu. Ich bin sicher, lieber Martin, liebe Simone, dass das auf dem Wunschzettel von ganz vielen jetzt kommt. Dieses Buch möchte ich haben oder wow, Weihnachten ist gerettet, ich habe ein megacooles Geschenk. Und wie geht es weiter? Jetzt ist das Buch da, wir holen uns das an Weihnachten und vielleicht gibt es ja auch mal eine öffentliche Veranstaltung mit euch beiden, wo man euch live sehen kann. Wie geht es denn weiter? Was habt ihr geplant? Gibt es denn schon ein Anschlussprojekt? Also da ich mache ihn wahrscheinlich schon einen Schritt weiter. Frag Martin. Martin! Was sagen die Erdbeerenzellen? Das Anschlussprojekt oder was damit noch zusammenhängt, das sind sicherlich die Lesungen, die wir irgendwo machen werden und da arbeitet es natürlich jetzt bei der Korrektur beim nochmaligen Lesen dann schon bitter, wie kriegen wir das auf die Bühne, dass das auch interaktiv ist. Für mich weiß ich, ich werde in keinem Stuhl sitzen, außer ich brauche ihn als Requisit, sondern ich werde eher unter die Zuschauer, unter die Zuhörer gehen, um sie gänzlich mitzunehmen und das läuft eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip, trifft die Menschen in ihrem inneren, hol sie da ab. Das hinzubringen würde mich, also das wäre jetzt das absolut nächste Anschlussprojekt und in der Zusammenarbeit mit der Simone habe ich jetzt gemerkt, ich kann mit ihr glaube ich alles machen. Von daher, wenn du mir irgendeinen Vorschlag machst, dann machen wir das. Und ich sage mal, wir haben 26 Buchstaben und wir haben ja jetzt erst 26 Wörter, also von dem her gibt es ja noch andere Wörter, die wir mit unserem Band 2, 3, 4 oder 5 füllen können. Also von dem her sind, glaube ich, genug Angebote auch für auch für Anschlussprojekte dann gegeben. Also zwei Sachen interessieren mich persönlich ganz intensiv, vielleicht Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Punkt Nummer 1, gibt es die Möglichkeit, das Buch jetzt schon vorzubestellen? Quasi die Ausgabe kriege ich auf jeden Fall nicht, dass es nachher vergriffen ist, kann ich denn schon vorbestellen? Und zum Zweiten, wo bekomme ich denn die Informationen über eure Veranstaltungen, die dann kommen werden? Also mit dem Verlag kann ich mal sprechen, da muss ich sowieso hin, kann man Vorbestellungen, das ist ein sehr guter Werbetrick, wo kann ich schon vorbestellen? Ja, doch, ich habe das mit meinem ersten Krimi auch so gemacht, da gibt es in Frankreich beim Beaujolais Primeur die Werbung noch 26 Tage, dann wird umgegangen noch 25 noch 24 und ich habe Plakate drucken lassen, jetzt kommt er bald, jetzt kommt er bald und dann sind die Leute drauf geflogen und die zweite Frage war nochmal die Termine nach den Terminen für unsere Lesungen genau wo man davon erfahren kann also erstens wird es sicherlich auf die Homepages kommen dann werden wir sicherlich in den Printmedien etwas dazu machen weil das habe ich so bei meinen jetzigen oder bei den vergangenen Lesungen immer mitbekommen die meisten Leute die sowas lesen entnehmen es aus der Zeitung aus Plakaten Flyern und wenn wir es hinkriegen vielleicht auch nochmal aus vorab aufgenommenen Radio Interviews oder TV Interviews sehr sehr schön ich mache Instagram und ich like und teile teilen 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 Facebook auf allen Social Media Kanälen ich bin so begeistert von euch bei mir spürt das wenn es die Möglichkeit je nachdem wo dieses Interview jetzt dann ausgestrahlt wird werden wir es auch unten verlinken also eure Webseiten wo man dann auch drauf gucken kann was aktiv ist wann Termine sind alle Informationen dazu und für diejenigen die jetzt zuhören und nicht zuschauen vielleicht noch mal kurz eure beiden Webseiten Webadressen sodass man da einfach hörend hinklicken kann also Simones Webseite www.simone-hauswald.de www.martin-soba.de ganz einfach so wie er heißt .de genau warum schwierig wenn es auch einfach geht das Leben ist manchmal einfach einfach wir machen es teilweise komplizierter als es ist gar und nehmen uns so die Freude aber dafür gibt es euer wunderbares Buch dieses schöne Interview ich sage von Herzen danke dass ich das Interview heute mit euch führen durfte es ist mir eine ganz große Ehre und ich konnte es berührt mich richtig vielen Dank ihr beiden Simone du wolltest noch was zu Sonja sagen ja Sonja vielen vielen Dank dass du dieses inspirierende Interview mit uns geführt hast es war wirklich wir haben so viel gelacht und es war so ein feiner Flow und wir schätzen wirklich deine Feinfühligkeit und deine charismatische Stimme und deine Klarheit mit der du uns jetzt auch durch das Interview geführt hast und es ist wirklich ja sehr 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 besonders dich zu kennen und also wir kennen uns jetzt gut eineinhalb Jahre und in dieser Zeit ist auch wirklich eine tiefe Freundschaft entstanden die ich in so einer Kürze noch nie in meinem Leben auch erlebt habe von dem her ist das wirklich bin ich sehr sehr dankbar für dich und Martin hat mir da blind vertraut hat gesagt ja das machen wir mit der Sonja und genau und das ist eben auch das was glaube ich unser Buch auch besonders macht dass wir da uns gegenseitig auch vertrauen konnten und es ist einfach schön dich jetzt mit dabei zu haben dass du ein Teil unseres Buches bist auch viele andere Menschen die ihren Teil dazu beigetragen haben und wenn wir diese Freude die wir jetzt miteinander teilen dann auch nach außen geben dann ist geteilte Freude einfach eine doppelte Freude und von dem her vielen vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview mit dir liebe Sonja den ganzen fließe ich mich einfach nur an Sonja du hast eine so tolle inspirierende Art da vergeht die Zeit wie im Flug ich würde einfach gerne mich weiter mit dir unterhalten es ist sowas von schön locker unkompliziert und das geht wirklich so schön fließend ineinander über und für mich war das jetzt auch schon wieder eine Fortbildung weil ich selber auch sehr häufig moderiere und dann gucke ich mir immer die anderen Moderatoren an wie machen die das die Handhaltung wie stehen die wie gucken die sich gegenseitig an ich lerne da immer raus und jetzt habe ich heute wieder unheimlich viel gelernt da danke ich dir für und das ist ja auch genau das was ich vorhin gesagt habe wenn man sich mal mit einem anderen trifft einen dann auch im inneren dann ist das ein ganz großer Gewinn und eins vielleicht noch ein Zitat vom Einstein fällt mir dazu ein der sollte mal die Relativitätstheorie erklären und der hat dann gesagt wenn sie zwei Sekunden mit einem nackten Arsch auf der heißen Herdplatte sitzen kann das relativ lang sein aber wenn sich anderthalb Stunden wie jetzt mit Sonja und Simone unterhalten kann das relativ kurz sein so schön so schön liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer wenn es ihnen auch so geht wie mir dass ich freudvoll erfüllt bin von diesen beiden wunderbaren Menschen von der Idee von diesem Buch dann lade ich sie ein zu diesen wunderschönen Kurzgeschichten und Impulsen von Simone Hauswald und Dr. Martin Sober im Dezember ist es soweit zum Selberlesen zum Weiterschenken zum weiter inspirieren ich sage herzlichen Dank dass sie dabei waren dass sie jetzt kommen die tränen also als sprecherin darf ich jetzt nicht hohen ich muss mal atmen herzlichen dank dass sie dabei waren herzlichen dank dass sie mit ihrer Zeit diesen Rahmen jetzt umarmt haben ich wünsche ihnen dass sie ihr leben noch bewusster noch positiver noch lebensfreuer umarmen und wünsche ja was kann ich nur sagen als umarme dein Leben du hast nines